dieses video wird präsentiert von gamesplanet für weitere informationen schaut in der video beschreibung vorbei ja da würde ich erst mal sagen dafür zu schauen und man sieht sich in der nächsten episode von rocket league bis dann tschüss tschüss hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play bzw lasst uns spielen rocket league der lextron ist wieder dabei hallo hallo und ja jetzt muss ich mir aufschreiben wo ich gekattet habe eine sekunde wo sind meine post jetzt sind noch die gta 5 aufnahmen auf deswegen dauert das jetzt ein kleines sekündchen rocket league 15 sehr schön auto beitreten scheiße ich glaube ich habe einen falschen wagen ich wusste nicht mehr dass ich das richtige mache pass auf er gibt mir eine volle und ich habe nur so krass ne weiß schon wieder 670 soja ihr habt hoffentlich die erste episode gesehen wenn nicht es geht darum bälle ohne füße sondern mit autos zu schießen das war schlecht mit kass ja ich habe nicht nein ich habe nicht den boost bekommen ich habe den boost bekommen ja was für ein auto hast du eigentlich habe jetzt diesen komischen jeep verschnitten ich weiß es nicht ich habe immer noch den ich würde sich daran gewöhnen muss oh hyperboost hyperboost weißt du wenn da kommt mich auch noch irgendwo angeflogen ja richtige richtung falsche richtung auch leute gute richtung ne was ist das denn warum kriege ich sowas nicht ich bin eigentlich vollend vorbeigeflogen stoppball erster erster kontakt nein warum treffe ich die nie hast du jetzt den boost genommen habe ich weißt du dann kommt da wieder einer oh meine eigenen leute stehen mir im weg wir schalten die gleich auf pro modus die sind so dämlich mein gamepad ist aus geil toll jetzt ist wieder da oh 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 Dreck oh weißt du ich fahre jetzt am rand entlang man kann hier so schön an den wänden vorbei fahren Ich hab keinen Boost. Keine Chance. Das stimmt. Ah, Mervil, du Arschloch. Mein Gapit ist wieder aus. Wir müssen gleich Batterien wechseln. Scheiße. Au. Kann man nicht irgendeinen Pause machen? Oh ja. Oh ja. Nein. Oh no. Alter. Aber da hinten steht dann auch keiner. Wer pisst euch doch? Einfach. Ah, meine KI ist doch auch gescheitert. Nein, das ist doch nicht. Du gewinnst jedes Mal durch deine scheiß KI. Volli-Treffer. Schön. Was auch wenn man Volli ist? In der Luft gehalten. Kenn ich zufällig vom Volli-Buy. Mein Gamepad ist wieder aus. Weißt du? Dreck. Ach, du hast das Wireless-Game. Wir haben das Wireless-Game-Controller. Weißt du? Wusste ich nicht. Ja, was dachtest du denn, warum das Ding immer ausgeht? Ja, vielleicht irgendwie hier. Es geht wieder aus. Ich steckere mich richtig drin. Jetzt ist es wieder an. Oh fuck. Vielleicht ein Backehle in der Schleife. Sechs Exemplärer. Ja, weißt du? Wie kann eine KI nur so dämlich sein? Jetzt ist es wieder aus. Ich wechsle jetzt. Soll die KI alleine spielen? Wer mobt. Gebe auf. Gebe auf. Gut, dass ich immer Ersatzaufgleich bei der Batterien dabei habe. Okay. So. Will das geschnitten? Bitte? Bleib mal stehen hier, du Arsch. Wollen wir aufzuschieben. Lass die KI mal fummeln. Können weitermachen. Oh, das ist jetzt aber sehr schade. Es ist wieder aus. Ich habe eine sehr böse, schlimme... Ich habe mir dann eine sehr schlimme Nachricht gesehen. Was ist denn? Okay, erzähle ich dir das nach. Ist Erik tot? Ja, nee, aber krank. So, nochmal gut. Nächster Batterien-Satz. Aber schön, dass du direkt wusstest, was ich meine. Ja, ne? Das ist sehr, sehr traurig. Oh, du Drecksarsch. Bäm, Motosuma! Und du kannst das Spiel nicht. Du hast es wahrscheinlich vorher schon voll durchgesuchtet. Nee. Ist klar. Ist klar. Oh, weißt du? Scheiße, du hast den ersten... Das Gamepad ist wieder aus. In Ernst? Ich habe keine vollen Batterien hier. Toll. Schön. Kann ich jetzt hier irgendwie mein Auto anders machen? Äh, man kann sein Auto nicht aufmunzen. Nein, ich möchte mein anderes Auto haben. Jetzt, nehm ich richtig. Jetzt ist es vorbei. Toll. Sind auch nur... Hallo, mein Name ist Dieter. Dieter Clausitz. So, ich mache jetzt das Böse und nehme unterschiedliche Batterien. Hoffen wir mal, dass das hält. Bereit! Aber warte mal, ich wollte noch was einstellen, ne? Äh, mh. Fuck. Egal. So, ich bin wieder blau. Ah, Dreck, das bringt es auch irgendwie nicht. Äh, ich habe gerade an einer neuen Methode gearbeitet. Aber es wird nicht funktionieren. Jetzt hast du hier so eine Jeepkarre oder... Was wird eigentlich durchgeklaut? Ja, das habe ich doch eben schon... Oh, sehr gut weggespielt. Sehr gut. Sehr gut. Uuuuh. Text war das. Oh, ich habe mal einen Ball getroffen. Jaaa... Ja! Bam! Yes! Nee, denk nicht. Du kam rückwärts, du kleiner Stinke. Guck mal! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Bonk! Yes! Yes, Petty! Boah, genau mittig. Genau mittig abgeprallt. Ja, ich bin blau, ne? Du musst das blaue Tor spielen, ja. Nee, den kriegst du nicht. Wenn ich daneben spiele, klappt das nicht so ernst. Nee, dann nicht. Boah, Dreck. Drück! Alter! What the fuck? Nein, 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 nein! Mavrid, piss dich! Boah. Nee, 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 nee. Oh, 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 oh. Klass. Ich möchte eine andere Karre. Die Karre ist geil. Scheiße. Weil du verlierst dadurch. Oh, 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 oh. Das ist ja mal leicht. Jetzt einer von hinten. Komm, bitte. Oh Gott, ihr seid so scheiße. Erik ist nicht da. Nein! Wenn ich, Dickiesau, springe daneben, Alter. Oh. Oh, ja. Felix. Ich werde langsam gut in dem Spiel. Oh, fuck. Langsam. Fast im Rückwärtsgang. Warum steht denn dann da keiner? Oh. Oh. Ah, Niklas ist auch schlecht. Schlecht. Geh, du klaust mir. Du hast mir da keinen Boost geklaut. Oh, nein. Oh, schön. Sehr gut. Nein, Text. Ah. Ich schweife nur Kreise. Hunderter Boost. Ja. 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 Jetzt pass auf. So richtig schön von der Seite. Guck mal hier. Ganz leicht gedribbelt. Tops 1. Tops 2. Tops 3. Tops 4. Na, komm. Hau mal rein. Und Boost. Wie du es denn mal schaffst? Du hast den ersten Boost. Du gibst schon vor dem Anfang Boost. Ja, ich auch. Du hast einen schlechteren Pink. Pink Leer, Pink Leer. Oh, Niklas. Oh, Dreck. Schade. Du hast aber Glück gehabt. Ich sehe überhaupt nichts. Oh, verpiss dich doch mal. Junge, Alter. Oh, der ist schon dreckig. Oh, Niklas, du fährst unter. Ich sprich drüber, Alter. Nein. Oh. Ich bewillige das nicht. Geh mal weg. Kritik ist in Neustadt. Oh, Gottchen. Yeah. Mach dir eigenen Tunnel weg, Dreckiger. Komm, überspringen mal. Bäm, 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 bäm. Das ist explodiert. Das sieht voll geil aus, finde ich. Es ist richtig, richtig gut gemacht, das Spiel. Danke. Hopp. Der Ball ist einfach stehen geblieben. Ja, weil ich hier nach vorne geblieben bin. Ja, 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 ja. Und jetzt kommt, es muss nur noch einer von hinten. Zauberei habe ich gerade bekommen. Sauber bei Erik rein. Auch. Oh, da kommt der Niklas wieder. Kleine Fettsack. Oh, mein Gott. Ah, das schaffst du aber in einer, halben Minuten nicht mehr. Ah, das will ich überspringen. Sag niemals. Oh. Ja. Das ist in die falsche Richtung, du Spack. Ja. Das ist meiner Richtung. Bei dir vor das Tor. Finde ich gut, bei dir vor das Tor. Ja. Ah, den wird doch wohl immer einer reinkriegen. Blackpiss 20. Ah, der kann wieder nicht verlieren. Ah. Ja. Fuck. Keine Chance. Goal. Komm, lieber Gott, gib mir noch ein Tor. Fum. Fum. Hypermode. Alter. Gut, ne? Oh. Ich stehe nicht mehr. Ah, Dreck. Dreck. Dreck, Dreck. Dreck, Dreck, Dreck. Der war viel zu gut. Dieser Ball war viel zu gut für ein Läxtro. Oh. Nein. Spiel ihn doch rein, du Mood. Boah, der Rückwärtsgang ist so nahmarschig. Oh, fuck. Falsche Richtung. Falsche Richtung. Ja, sehr schön. Und, 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 und. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, der klaut ja mir schon wieder den Boost. Oh, der klaut ja mir schon wieder den Boost. Das war übrigens die erste, das war übrigens die erste Episode. Den Rest schneide ich weg. Kannst du nicht machen. Ach so, wir wollten hier, warte mal. Äh, ja, ich gehe jetzt mal raus zum Hauptmenü. Und zwar machen wir ein... Ah, das kann ich endlich mal wieder... Ey, was war das jetzt, was wir machen? Ähm, wer hat mir das jetzt gemacht? Im Online-Spiel, ne? Ja, warte, 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 warte. Vier gegen vier. Und zwar Profi-KI. Dann wird das Ganze viel, viel lustiger. Tss, tss. So, hast du? Warte. Wir ändern jetzt mal ein bisschen die Spielregeln. Und das Fertige, wie es weitergeht, seht ihr dann in der nächsten Episode. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschöööö.